Wir kamen also Untote. Okay, und damit man hier länger dran zu beißen, setzen wir einfach mal ein paar Iger-Mobs da rein. Genau, Seran-Mobs. Ihr Schweine. Tötet sie. Hm, er hat mich halt so hoch. Dumm-di-dum-di-dum-di-dum. Ein bisschen Hilfe. Komm, stirb. Gibt's doch nicht. Ich will doch einfach mal nix aushalten, meine Leute. So, retten wir halt erstmal Leute hier. Schließlich müssen wir jetzt hier irgendwie überleben. und jetzt zu schnell entfernen könnte man welchen toll jetzt habe ich noch so viele Skills hier nie kapituliert es gibt auch sinnvollere Skills sind wir froh dass ihr da seid noch nie habe ich solche eine Flut von Orionern gesehen und ich mache das schon seit Jahren ihr seid jetzt sicher bleibt bei uns wir bringen euch heil hier raus was ist mit dem zweiten Team sie sind kurz vor der Flut von Untoten vorausgegangen um eine neue Entdeckung zu sichern sie könnten noch leben ich kann das bestätigen da führen Spuren in die Höhlen eine gute Stellung vielleicht hat sich das zweite Team dort eingegraben dann kehren wir nicht um bis wir ihr Schicksal sicher kennen verteilt euch und schützt die Forscher wir gehen weiter geht in diese Richtung bitte mal erstmal gucken wir uns noch so haben ich hoffe wir finden bald das zweite Team ich hoffe wir finden bald das zweite Team ich hoffe wir finden bald das zweite Team ich kenne einige dieser Gelehrten seit ich der Abteilbeinigung bin ich habe den Höhleneingang gefunden er ist verbarrikadiert ich mache das trete zurück boom hmmm wir können es uns nicht leisten das zweite Team oder dieses Artefakt zu verlieren ja natürlich muss ich alles leisten also ja natürlich muss ich alles leisten sterb doch einfach ganz in Ruhe sterb doch einfach ganz in Ruhe ja hier geschickt Buch optimale schießt oh woah durch Und dann haben wir die Forscher verfreit. Hoffentlich müssen wir noch hier rauskommen. Juhu. Das wird doch bestimmt voll einfach sein. Aha. Interessant. Der Alchemie sei Dank, dass ihr hier seid. Ich wäre schon froh, einfach nur gerettet zu werden. Aber von Trahearn persönlich gerettet zu werden? Wenn es eine prominente Persönlichkeit gibt, dann ihn. Wir müssen euch hier wirklich augenblicklich wegbringen. Natürlich, im Süden gibt es einen Weg nach draußen. Ich nehme an, dort gibt es weniger Auferstandene, zumindest im Vergleich mit der Richtung, aus der ihr kamt. Klingt perfekt, folgt mir. Ich bin bereit für den Rückzug. Ich gehe voran. Und der Kommandeur schützt unsere Flucht. Ich bin bereit für mich. 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 Das war ja klar. Aber Fallen haben Sie noch nie gestellt. Sind Sie zu solch taktischem Denken fähig? Oh ja. Ich habe Sie schon bei ausgesuchten Grausamkeiten beobachtet. Wenn das Abteiteam das Artefakt gefunden hat, was ich denke, ergibt das Sinn. Sie suchten nach einem Zwergenfolianten. Warum sollte Seitan solches Interesse an einem uralten Buch haben? Ich glaube, es enthält Informationen über das letzte Aufsteigen der Drachen. Allein seine Existenz beweist, dass man sie besiegen kann. Unsere Feinde wollen uns diese Informationen vorenthalten. Woher weiß der Drache überhaupt davon? Seitan wirkt nicht wie eine Leseratte. Seitan weiß alles, was seine Diener wissen. Ob lebend oder untot. Einer seiner verdorbenen Diener muss das Buch gesehen haben. Kommandeur zu mir! Ich kann uns vielleicht aus dieser Situation herausholen. Aber ihr müsst mich dabei beschützen. Wir sind gefangen. Aber ich kann Verstärkung herbeirufen, um uns freizukämpfen. Das wird bestimmt kein Kinderspiel. Aber es steht in meiner Macht. Wartet. Ich brauche Zeit, um Kraft zu sammeln. Ja, ich guck, jetzt soll ich nicht so viel Labern mehr machen. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich will, wenn er sich unter der Herze Stimmt Naja So Erledigt Und bis das Jetzt meine Dolche So wiederbeleben Einmal nur dritzen Einmal nur 8 Sekunden und die Ungeschwartei reicht ja locker aus So Stimmt 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 Oh fuck Letztendlich töten sich die Rauben So Kommt weiter Go 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 Weiter Rauben Tutor Kommt Dir fällt endlich aus dieser blöden Höhle raus Dass er überhaupt nicht leiden kann was in Höhle ist Kommt Kommt Kommt